Sie befürworten aber auch den Einstieg in den globalen Emissionshandel, obwohl es aber auch im Kyoto-Protokoll schon festgelegt ist als Klimaschutzinstrument. Also der Emissionshandel ist einfach nur ein sogenanntes flexibles ökonomisches Instrument, der ist in der Tat im Kyoto-Protokoll schon vorhanden. Ich war damals 1997 mit dabei, wie das Kyoto-Protokoll dann ausgehandelt wurde. Der Unterschied zum Kyoto-Protokoll ist der, in einem neuen Abkommen, wie es im Budgetansatz beschrieben wird, wird wirklich die Menge errechnet, die es einzuhalten gilt, also ein globales Budget, um gefährlichen Klimawandel zu vermeiden. In Kyoto hat man Fantasiezahlen zusammengeschustert. Das muss man wirklich so sagen, wenn Sie in diesen berühmten Annex I hineinschauen, dann auch in die anderen Anhänge. Da stehen halt dann quasi schnell zusammengeflickte Zahlen drinnen, welches Land bis 2012 was erbringen sollte und könnte, ob die Rechnung aufgeht, wenn Sie also all die Emissionsminderungen zusammenrechnen, ob das irgendwie hilft, vom gefährlichen Klimawandel eben abzuweichen. Das hat sich niemand gefragt damals, weil es immer hieß, das ist der erste Schritt und dann folgen weitere Schritte. Genau diese Schritte sind aber nicht erfolgt, die müssen jetzt erfolgen. Das heißt, wir sagen zunächst einmal, was ist notwendig, um den gefährlichen Klimawandel zu vermeiden. Und zweitens, was sind die Gerechtigkeitsprinzipien, die elementaren, die bei einer globalen Lastenteilung zum Tragen kommen müssen. Und dann erst im allerletzten Schritt fragen wir, wenn diese faire Lastenverteilung aber einige Länder überfordern würde, die einfach schon zu sehr in der Umweltverschwendung drinnen sind, die sich so sehr an Umweltverschwendung gewöhnt haben wie die USA, dass sie nicht mehr schnell von diesem Pfad herunterkommen. Dann ist ja einfach die Frage, mit welchem ökonomischen Instrument könnte ich das auffangen? Dann würde der Emissionshandel zuschlagen und der würde dann in der Tat auch riesige Finanzströme organisieren, von Norden nach Süden in der Tat. Die Inder würden den USA einen Kohlenstoffkredit gewähren und dafür natürlich eine Kompensation bekämen. Das Schöne daran ist, es werden keine Almosen, die man im Rahmen der Entwicklungshilfe gibt, sondern es wären Rechte, die ein Land wie Indien verbriefen würde, die es handeln könnte und womit es Geld bekäme, um eine moderne, nachhaltige, zukunftsfähige Infrastruktur aufzubauen. Insofern sehen Sie, die Rechnung geht auf allen Seiten auf. Also Sie werden dieses Konzept, den Budgetansatz in Kopenhagen, vorstellen? Rechnen damit, dass es auch einen Zuspruch geben wird? Wir haben natürlich in Kopenhagen zunächst einmal keine offizielle Funktion, das darf man ja nicht vergessen. Wir sind ein wissenschaftlicher Beirat, der Ideen entwickeln kann, der vor allem auch sagen kann, wohin geht die Reise. Wir liefern eine Art Koordinatensystem für die Politik, aber wir sind nur die Lotsen auf dem Schiff, wir sind nicht der Kapitän. Wir sind ja der Meinung, wir befinden uns auf der Titanic und ein Eisberg ist voraus und wir sollten den Kapitän darauf hinweisen. Ob der dann unsere Hinweise ernst nimmt, und leider sind ja 192 Kapitäne auf der Brücke, weil so viele Länder verhandeln ja im Rahmen der Klimarahmenkonvention nicht. Wenn diese Kapitäne sich nicht dazu verstehen können, nicht dazu überwinden können, diese Hinweise ernst zu nehmen des Lotsens, dann haben wir natürlich keine Chance. Aber was wir tun werden, wir werden unsere Befunde laut verkünden, sodass sie auf der Kommandobrücke gehört werden. Und ich hoffe, dass dann die nötige Einsicht auch erfolgen wird.